ich sehe nicht, dass ich schieße, das ist cool, das ist kein Wusszeug. Wir haben die Kontrolle und beeintritts Ziel Bravo! Wo komm ich denn hier durch? Guten Tag, wir spielen 14-Geballer. Battlefield heute mit ganz vielen tollen Leuten. Mit First Blood Bitch, dann Zottel, mit dem Haktis. Hoffentlich später noch mit Don Cristiano, aber egal. Ihr habt direkt Fall Damage bekommen. Ich stier. Ja. Es verdient. Oh, scheiße. Oh, oh, oh. Geht direkt los, oder was? First Blood Bitch, ja! Oh, Alter. Und wo kommen die Schweine? Es ist direkt Action, Alter. Ich seh ja nicht, dass ich mich schieße, das ist cool, das ist kein Wusszeug. Wir haben die Kontrolle und beeintritts Ziel Bravo! Komm ich denn hier durch? Ich bin im Kampf gefallen. Ah, cool, ich hab zwei Leute mit den, ich hab zwei Leute getötet mit dem Sniper und dann ist ihm im Server aufgefallen, hey, ich bin Sniper, ich darf gar nicht Sniper spielen. Oh, Alter, ich kann mir nicht aus dem Aza rausnehmen. Ey, Granaten! Oh, Alter, hier geht voll direkt die Action! Alter, nachhau! Oh, jo! Oh, alles klar. Ich kann auch wieder. Quotze! Granaten! Ich steh'n, Bayer. Jetzt direkt. Kiel! Ach, von wo? Auch von da, die steht da eigentlich im... Ja, ich hab's gesehen. Ich hab aber noch einen gerätzt, ich bin, ähm, Medic. Oh, von... Ach da... Ach, das ist... Aaaaaaah! Wir müssen mal diesen Heizzug Bahnhof da oben einnehmen. Mhm. Wir kontrollieren alles davon. Ich glaub ich muss noch eine Grafik ein bisschen runterstellen, meinen... sie macht ihr nicht mit das ist ein Glückwunsch reicht es mir, ich schieße, ich sniper jetzt warum rätst der mich nicht? Hallo, wer steht denn hier? Nimm doch den Scharfschützen oder die Hände? oh, Alter oh mein Gott wie ist das Teamwork habe ich mich sehr gut zu tun also ich habe die Rakete abgeschossen, das ist schon mal schön und sie ist niemals angekommen sie ist einfach in der Hecke paf hallo Hecke ist es eigentlich immer noch so, dass die Raketen verschwinden wenn man die abschließt und man stirbt während sie fliegen? ähm, das weiß ich nicht ich bin gerade gestorben und ja und da hinten gerade eine Knutwelle, sehe ich das richtig? ja, die haben den Damm gesprungen öffnen einsatzziel Bravo ist verloren nein, wo sitzen wir denn jetzt hier fest, Zeitel? ja, da, wir sollten hier weg oder? das macht irgendwie keinen Sinn ich habe hier auch nichts ich kenne die Karte ja auch nicht ich kenne die auch nicht ein Ding ich bin jetzt weg hinten lang ich habe von der Seite in das Wasser ich glaube ich gehe mal zu B da scheint es irgendwie extrem leer zu sein ich brauche zu viele Ziele wir müssen diese scheiß U-Bahn da oben die haben B eingenommen und kommen jetzt hintenrum quasi über unseren Spawn Alter, sechs Leute oder so die kommen jetzt von hinten und greifen euch da alle an die ihr da den Spawn gebraucht habt und das sind wirklich viele die 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 ist schade danke nur sie pro grac Ich schau wieder! Über die Brücke, über die Brücke! Oh, tot! Nein, nein! Ich hol dies, ich hol dies! Nice! Wir kontrollieren jetzt Einsatzziel Alpha! Das geht doch nur im Battlefield, du springst! Dach! Das geht doch nicht! Ne, das geht doch in echt! Ja, ich war noch nicht fertig und kannst aus dem 2. Stock den... Falsch abziehen! Ich lieg auf der Brücke oben tot, weil du mich immer wiederholen kannst! Ja, ich werde gleich nichts ohne Medic spielen! Ich weiß nicht, ob ich das überlebe, aber... Nee, ist nicht viel los! Es ist nur einer unten unten im Hals! Also, das tut mir langsam! Fuck, es ist gerade verschwunden, als ich... Oh, die schießen von unten! Von hinten, da wo der Dragonfighter-Typ ist... Wer ist eigentlich Dragonfighter? Nee! Okay! Also, die Statistik wird gut! Sieben Schüsse, sieben Headshots! Ja! Geh rüber zu B! Ja! Okay! EINFED ZIT! ALIFARPUD領Script! AH! AWS! Dauerfeuer umgeäuer! Kalt! Ich werde ihn erledigen! Alter, wie sie mit dem Bagger durch die Gegend fahren? Da macht der da gerade eine Granate hin, als ich die alle retzen will. Ich habe mehr Punkte als Marker, aber nur zwei Kilometer. Ach, Mann. Oh, Klemmer. Schön. Anscheinend ist westlich von dir ein feindlicher MG-Schütze. Oh, Leute. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ach, nie im Leben, Mann. Oh, in dem Raum neben uns, Pando. Wir sind aus so einem Raum rausgekommen und daneben um eine Ecke. Ach, Schwuls. Nullstar sind weg. Ach, von rechts, Ralf. Ach, von da. Ist dir ein bisschen korrekter, bitte? Kurva. Hier ist ein Toter. Medic. Ich bin Sanitäter. Ich bring dich weg. Wer hat gerade die Kontrolle verreicht, dass die Ecke unterkommt? Ja, wo rennen wir hin? B, B. B. Hallo, wo rennst du lang? Nee, hinten rum. Ja, hinten rum. Ich sehe das auf den Turm drauf, Alter. Erstmal hier in das dreckige chinesische Wasser springen. Wir haben Einsatzziel Delta verloren. Ach, das ist doch das Sauberste der Welt. Ja. Kannst du dich noch an das harte französische Wasser erinnern, Ralf? Oh, ja. Ja. Wow, ich werd unterbeschossen. Hab ihn. Ralf, kannst du dich noch an das harte französische Wasser erinnern? Ja, Mann, Alter. Hängt das hin. Episch. Hinten nicht. Oh, kriegt man gestoppt. Ja, hinter dem einen Haus rechts ist auch er noch. Okay, ist schon gut. Ich krieg's nicht noch. Im Haus. Rechts. Und links. Nee, von links. Ah, in dem... In dem Schützenturm oben, der hat... Links aufgebaut, das LMG. Ja, zweiweilen. Zweiweilen aufgebaut. Ah, jetzt ne. Ich empfinde 22. Ich bring das Ding vom Schädel gehetzt. Fuck. Von links, oder was? Ja, von hinter uns, da wo wir lang gelaufen sind. Da schwimmen sie jetzt durch den Fluss, zwei Stück. Ich glaub ich krieg dich nicht mehr. Da sind noch zwei Gegner, pass auf. Einen hab ich. Ich hab eine Kugel abgefeuert, die letzte Magazin, und das war der Headshot, den getötet hat. Hast du ihn? Ja. Hab ihn. Headshot. Heiß. E. Ich komm noch live, Alter, sieben. Ich muss grad erst mal gucken, wo E überhaupt ist. Ich hab auch keine Erfahrung mehr. Vorsicht, da rechts ist einer von uns. Irgendwo. Laut Karte. Na egal. Ich hab Sichtkontakt zu nem feindlichen MG Schützen. Südlich deiner aktuellen Stellung. Auf einen. Aua. Den. Du hast ihn erwischt, wa? Ging das aber noch einer? Ja, ich bin tot, der hat mich vorher erwischt. Schon. Komm her. Brauchst du Hilfe? Einsatz Ziel Echo und neutralisieren. Piept nicht mehr? Irgendwo muss einer sein? Doch, es piept doch bei mir. Oh. Ich hab's euch gesagt, aber es piept ja. Links, links, links. Scheiße. Linksseite, ja. Der kniet immer noch dahinter. Ja. Natürlich. Brauchst du Hilfe? Ich bin Sanitäter. Linkseite, zwei Leute. Ach, komm. Alter. Komm jetzt alle. Wir sind eh verteidigt. Einsatz Ziel Bravo ist verloren. Medic, Medic. Luke. Man nimmt sie auf. Was macht ihr? Wollt ihr Bravo oder wollt ihr? Ja, hinten oben Bravo, los. Nee, halt mal. Ich bin ja schon bei... Alter Schwede. Alli ist eigentlich ganz geil, die Karte vom Aufbau her. Ja, die Karte sitzt. Gestern hab ich die anscheinend mit zu wenig Leute gespielt, deswegen war sie scheiße. Was ist das los? Ja, mit einem Schild vorne weg. Lass mich da durch! Alter! Ich konnte nicht über dich springen, du lagst da und ich konnte nicht über dich springen. Ja, du lagst da schon die ganze Zeit. Ah, okay. Ich wollte über dich drüberspringen und wegkommen und die ganze schießen's auf mich. Ja, ja, aber ich lag da ja schon die ganze Zeit, denn ich hab mich dir ja nicht in den Weg gelegt. Ja, du solltest nicht nur drüberspringen, das scheiß... Ah, ich hab einen mit der Claymore mitgenommen, wuhu! Ich hab da zwei von gekillt und dann haben wir sie noch sechsen. Loil. Alter, ich bin bei die X-Monten und bin sofort mit dem Eis-Monten-Typen abgeschossen. Ja, ich auch. Marc, ich hab mich einfach da hingelegt und weil die sechs Typen... Bei E wird jetzt Action sein, also entweder verteidigen wir jetzt E. Ja, ich würde sagen E. Uff! Ja, da hab ich gemassert worden, weil ich grad nicht anders gespielt habe. Ah, zu viele, Alter, zu viele... Ja, E ist weg. Wann losbauen bei mir? Ach scheiße, dreimal hintereinander gestorben, was soll der Scheiß? Ich laufe ein bisschen außen. Falls außen welche sind. Sieht aber nicht so aus. Einsatzziel Bravo wurde neutralisiert. Nächstes? E. Boah, bei Marc im Wasser. Ach! Boah! Fuck, ich kann dich da nicht retten, weil dein Leiche im Wasser ist. Oh, von hinten. Ach, ich. Bisschen spät. Ich hab ihn nicht gesehen, als genau vor uns so'n scheiß Baum gesprungen. Oh, oben, oben drauf. Fuck. Oh. Ja, das ist aber einfach wieder zu viele gewesen. Geil. B hab ich übrigens gesafet mit Claymose. Also, was heißt B? Ich hoffe, die laufen da lang. Boah, da ist ja Wasser. Mehr Stabilität oder mehr Präzisierung? Stabilisierung. Oh, da sind welche, kommen welche zu weh. Vielleicht bist du auch ganz gut gelaufen, wenn das da war. Oder Präzität. Ey, wir haben ja weniger, wir haben ja weniger Punkte, das fällt mir jetzt erst auf. Die sind eigentlich ganz gut dabei, oder? Die dachte ich auch. Wir, ja, unser Team nicht. Aber wir haben doch die ganze Zeit die übermacht, dann kommt die da ja. Wie geil, das ist ein Gegner die ganze Zeit neben mir und denkt wohl, ich bin sein Teamkollege. Die ganze Zeit, während ich nachlade, guckt er mich an und macht nix. Voll geil. Das sind die Tests. Linke Seite. Hier, der ist down. Ich konnte noch einen anderen Typen retzen währenddessen. Der hat nix gemacht. Ich hatte feindlichen MG-Schützen südlich vor dir gesichtet. Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziel Delta verloren. Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziel Delta verloren. Am besten zwei zu C, zwei zu D. Das sind hier auch. Eben markierend. Ein von vorne kommen welche, pass auf, die sind jetzt bei den Containern. Einen hab ich. Noch einer. Einen hab ich. Der Platz wurde neutralisiert. Oh, zu viele, zu viele Leute. Ich mag die Karte eigentlich nicht. Ach, Scheiße. Goddamit. Oh, wir müssen wieder da rein. Oh, komm, ja. also dieses dreieck müssen wir halten dann wird das noch was bei b ist gerade extrem was los doch ja was ist denn das mensch also wer hat denn hier gekämpft in diesem ding gespawnt quasi und wollte ich rausgehen und direkt kriegst du auf die schnauze kann man muss doch noch wegschwimmen ist richtig beschissen dass wir rechts keine chance das für beschissene spawnpunkt wo man erst wegschwimmen muss sich nicht wehren kann hilfe zählt als kill 92 das ist immer ärgerlich ich schieße einfach nur auf die courte ich glaube den habe ich dir weg gesnackt ich bin die ganze zeit im wackel gespawnt das ist noch nicht direkt auf punkt etwas Wie aggressiv die jetzt auf B kommen? Wenn ihr tot seid, spawnt bei mir, ich bin bei A. Ich bin da. Spawn wegen bei A. Oh, zu viele, Alter. Aber erst hab ich da. Komm wieder rein, komm wieder rein. Oh, da war noch einer. Ja. Wo liegst du? Hä? Ich glaub, du kannst mich nicht mehr retten.